Passend. Hat sich schon eine bequem gemacht. Wir haben hier zwei Betten. Das eine ist hier für die Hunde. Genau, die Herausforderung bei vielen Hunden ist ja, dass man viele Hundebetten braucht. Und da haben wir gedacht, dann wäre doch so ein gemeinschaftliches Bett irgendwie schöner als vier Hundebetten nebeneinander.